Pass auf. Ich nehm die Winchester, okay? Und du? Nein! Holz satt. Holz satt. Mein geiles Wort ist auch geschmiert. Okay. Hauptsache, das waren eigentlich irgendwelche Pläne ohne uns geschmiedet. Eigentlich hab ich jetzt darauf spekuliert, Traitor zu werden, damit wir jetzt ein Holzer Battle machen können. Du musst nur spekuliert, Traitor zu werden. Hallo DJ! Ich grüße dich! Aua! Okay, er ist nicht. Das war definitiv ein Holzer Battle. Ich bin auch gleich da. Nö, alles gut. Jenny ist am Arbeiten. Ja. Dann schöne Grüße an Jenny raus. Falls sie das irgendwann mal hören sollte. Nein. Na. Sie wird das nicht hören. Vor allem, warum sollte er deinen Stream nachschauen? Weil mein Stream auch auf YouTube hochgeladen wird. Exklusiver Content. Was hast du gesagt? Exklusiver Content. Oh ja, ich hab verstanden, das ist guter Content, aber das wäre ja eine Lüge gewesen. Es wäre sowas von eine Lüge gewesen, ja. Nein. Nein. Dave, du darfst nicht, du darfst, du darfst definitiv nicht die Zuschauer anlegen. Ja, mei. Das kann man mal sich gönnen, nebenbei. So. Bin ich jetzt Traitor? Ja. Wahrscheinlich bin ich heute wieder den ganzen Tag nicht Traitor. Ja. Ja, mei. So. Ich hab's auch gleich. Moment. Also, Dave, wenn heute in der Runde, wenn ich sag Holzzeit Battle, dann machen wir Holzzeit Battle, okay? Aber nur wenn ich detektiv bin. So. So. Einmal das hier wieder auf. Oh, Junge. Und dann das hier was. So. Jetzt. Oh, 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 oh. Cool. Seid ihr ready? Na klar. Yes, natürlich. Okay, ja, ich bin's nicht. Moment. Danke für die Info-Cheese. Seid ihr bereit? Ja. Also, äh, ab. Alles klar, Kinder. Hoppala. Hi, Captain. Ich nicht. Also, äh, ab, ab der nächsten Map spielen wir dann richtig, okay? Ah, ja, jetzt hier, äh, da, 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 da. Ja, spielen wir, deswegen machen wir jetzt jawoll. Okay. Weil's wenn der Post schießen kann. Es war ich. Man. Hat sich das eigentlich verkehrt an, wenn man schreibt, dass man Schich anguckt und Erdnüsse in der hat? Ja, das hört sich verkehrt an, aber ich glaube eher deutsch-technisch verkehrt. Hm? Das hört immer drauf an, was man da reininterpretiert, liebe G. Nein, das ist einfach kein deutscher Satz. Deswegen hört es sich sowieso verkehrt an. So, wir spielen richtig. Los geht's, let's go. So. Alles klar. So, wer ist dritter? Ich bin Priefering. Und ihr? Hoppala. Ich bin... Oh Gott. Ich hab da schon so lange nicht mehr gespielt. Sorry, wir wühlen. Alle gut, Lemdorf. Es ist grad vorher weird und ich find keine Woffen. Ja, ich, eh, hab ich vorhin auch schon zu Dave gesagt. Ja. Es ist so richtig weird, grade zu spielen. Okay, ich bin Steuerberater. Was hat's ihr? Kar-Woffen-Frieder. Ja, okay. Oh, ich muss mal wieder, wie schießt man? Wie schießt man? Mit Leertaste. Ah, okay. Perfekt. Also, was irgendwer da G bitte nur erklären muss. G auf R laut man auch, gell? Fick dich. Ja. Was, was bedeutet das, wenn da links unten Innocent steht? Dann musst du alte 4 drücken. Dann kommst du zu nem Kaufmenü. Ah, okay. Okay. Hoppala. Still no weapon. Was für die Scheiße. Ich hab ne, ich hab ne Schneider. Aber ich hab ne Schneider. Aber ich hab ne Schneider. Aber ich hab ne Schneider. Ja, ist blöd, hast du verloren. Ah, okay. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Oh, hier, hier die Blut ist jemand, ist jemand schwer gestürzt, dass ich den Klippel verbruchte. Ja, das bin ich. Ja, ich bin schwer gestürzt. Ah, Christian. Hey, tut mir so leid. I've fallen in a can't. A crystal. Ich versuch jetzt auch irgendwie. Ich werde wahrscheinlich sterben. Warte mal. Seine salzigen Nüsschen. Oh, ich hab sogar noch Nüsse, aber... Dave? Dieser männliche Schrei von mir. Wie er lebt und lebt, Dave. Wie er lebt und lebt. Wie er lebt und lebt. Ja, ich bin zu fett. Ja, wie die Chi lebt und lebt. Ja, zu fett. Oh, weißt du, wer war das? Da war ein O. Dave? Und... Dave? Ich nehme mal an, Christian. Nein, ich lebt. Oh, dann war es Dave. Das vermute jetzt, ne? Die vermute jetzt, das geht mal. Geht mal. Ich mach dich fertig. Wo bist du, kleine Schlampe? Ich mag vielleicht weniger Leben haben, wie du. Aber ich hab einen schlechten Namen. Du verkriegst dich wieder in so einem scheiß Traitorraum. Ich stirb sowieso am Fallschalten, also ich mach dir keinen Stress. Schon fast passiert. Dave! Mutig, Felix. Oh, Mann. Ich hätte jetzt so gerne Sniper. Wurscht. Ich snipe in meiner Mech. Ich snipe in meiner Mech. Ich bin fucking Sniperboy. Sniperboy. No. Sniperboy. No. Sniperboy. Oh, warte mal. Eigentlich ist das gut da herum. Ich hätte nicht sagen sollen da herum. Okay. Komm hoch und... Ah! Häng schon wieder. Wait your head bitch. Hallo. Ähm. Ich weiß nicht, wenn ich dich einmal sehe, ich schieße sofort auf dich. Also... Dave schweigt wieder. Dave! Irgendwer... Redet über mich. Muss ich jetzt... Ganz allein... Alle... Unter... Unterhaltsam ist das nicht, was ich da gerade mache. Aber ich muss wenigstens irgendwas machen. Äh... Hä? Da wer? Oha... Vielleicht spiele ich fast runter. Wie... Ich stirb am Falschaden. Ich stirb sowas von... Scheufaden. Versprechen ist lustig. Ähm... Ich warte nur bis endlich irgendwer lacht, der... 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 Pikle Tah Л y a ms. Jetzt kommt! Ihr.. It... T$! Der. I f! Ich bin da公art. Ich bin... Es wirdbundet... Okay. Oh... Warte mal. Chi! W.tf cTiS Okay. Dieślihtdgi. Ich brauche Content. Die... Die... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die G wird hundertprozentig nicht schweigen. Wer verkleidet sich da als G? Komm raus. Zeige dich. Du kleiner Pecher. Du kleiner Drecksack. Ich schwör's dir. Ich... Wo bist du? Wo bist du? Ich sieg die Blutspur. Weil ich's grad produziert hab, weil ich die abgeschossen hab, okay? Also ich weiß ungefähr, wo du bist. Kleiner Drecksack. Du wirst dich gar nicht erst als G verkleiden. Jeff, bist du das? Du... Dreckig Schwein. Du ganz dreckig Schwein. Ich so... Ich hab... Das ist mein eigener Sniper. Ich schwör. Ich komm mit der Sniper. Ich mach zwar... Und verzirg ziemlich. Aber... Das ist mein eigener Sniper. Come on. Ich flieg so was von... Du hast so viel Soja gewonnen. Jetzt komm ich her. Ah, Schlampe. Ich fahr schon wieder. Was ist das? Sö, die Scheusen. Oh, holy shit. Sag mal, mit mir reden wir jetzt langweilig und ich weiß nicht mehr, was ich mit mir selber bin. Sag mal, was ist ein bemotiviertes Österreich? Hallo, Lila. Hallo. Oh, ah. Kitma. Kitma, bist du Chi? Nein, ich bin nicht Chi. Ah. Kitma, du bist Chi? Nein. Hallo, Lila, Schatz. Nein, ich bin Kitma. Wie hab ich... Ich glaub, dass Chi sowas von Tod ist. Gott. Mich gekillt hat. Und ich glaub, dass du auch gleich tot bist. Bisch. Wo bist du? Ich bin Patrick. Wie kann man nochmal... Wo bist du denn, Christian? Wir können zusammen gegen Chi vorgehen, wenn du möchtest. X anscheinend nicht. Y. Ich sag dir jetzt nicht, wo ich bin. Ich hab da meine kleine Höhle und da bleib ich. Er redet wie auf Craig, nicht Koks. So, warte mal, ich muss nochmal kurz... Das ist natürlich doof, ne? Der Chat kommt aus. Du weißt, äh, bin ich ja jemand, der keinen Radar nutzt. Kommt nach da auf. Das soll ich dir zeigen, wie viel Zeit ich die eigentlich hab. Ich hab so viel Zeit. Die kommen natürlich auch da runter. Ja, da hast du was vorgegeben, dass du kleiner Pech heute bist. Bist du. Ich hab dich schon... Aber wie viel hab ich schon runtergeschossen? Ich hab dich schon ein paar Mal schon getroffen. Du hast mich noch gar nicht getroffen, ne? Ja, 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 ja. Du weißt schon, dass ich dir ein paar Mal schon getroffen hab. Aber wie viel hab ich dir auf? Also, das wär interessant. Also, getroffen hast du mich tatsächlich wirklich noch nicht. Da ist ein wundervolle Blutspur. Also, ich hab... 100? So, zack. Ja, was... HP... Oh Gott, ich bin heute... Oh, Lügerant, so fucking Lügerant. Ich mach gleich deinen Stream auf und schau noch nah. Mach ihm nicht Spaß. Aber, du Lügerant. So. Aber wenn ich so, da halten sie sich wieder. Warum renne du eigentlich... Ja, das ist schon mal positiv und nicht ganz so still. So. Aber das ist kein Content und das ist nicht lustig und ich spring wahrscheinlich gleich wo runter und dann bin ich tot und das ist super. Christian, du machst deine Alleinunterhaltung echt super. Mein rechter Bildschirm flackert die ganze Zeit. Das macht dich ein bisschen nervös. Oh, den... Was denk ich mal da hinten? Komm, dass das eigentlich müsste eh arbeiten heute. Aber sonst... Oh, ganz okay. Ja? Oh, kleiner Picher. So. Ich hab die truffen. Ja, wirf nur, wirf nur. Wirf nur. Okay, weißt du was? Wer ist alles dabei? Dave, Kidmer, ich, Christian. No. Oh. Also, vielleicht kommen wir doch zu dir. Jenny ist ja leider arbeiten heute. Doch, doch. Kommen wir zu dir? Oh. Was? Oh? Okay. Ich bin wieder dabei am Anfang. Shit. No, hohe, hohe, hohe. Passt, ich komme nicht zu dir. Du musst dir nochmal sorgen. Ich werde dich gerne abschissen. Oh, Christian. Du bist gerade mein Highlight. Das ist überschaubar. Ja. Das ist super. Aber ist ganz angenehm für Let's Plays. Ich hab absolut keinen Plan, wo du bist. Und du hast noch eine Minute vor. Ja, das ist sehr gut. Ich weiß. Und die haben voll einen Plan, wo du bist. Ja? Also, inzwischen hab ich nimmer. Das ist jetzt, das ist jetzt eine reine Lüge, die jeder produziert. Wo bist du denn? Komm, die Zuschauer wollen doch Content sehen. Die wollen ein episches... Man weiß doch, wo er ist. Wow. Wow. Wo zum Teufel warst du? Die ganze Zeit auf dem scheiß Turm oben. Sag nicht, du hast ihn echt nicht gesehen. Nein. Der ganze... Aber nö, ich nutze kein Radar. Das mach ich nicht. Ich liebe es. Ich nutze auch kein Radar. Lieber sterbe ich auf diese Art und Weise. Oh Gott, das geht ja richtig schnell. Hui. Es war grad super. Ah, es war super. Weißt, ich wollte eigentlich den Tod von Dave aufklären, dass er runtergefallen ist. Und dann werde ich eiskalt tötet. Ja, das hat sich irgendwie jetzt grad so angeboten, Ski. Ich weiß, dass es sehr plump war, aber... Du kannst ja mal den kleinen Finger lutschen. Wie haut man das für doch. Es gibt mit Sicherheit Leute, die so einen Fetisch haben, Ski, aber ich gehöre leider nicht dazu. Tut mir leid, sich da enttäuschen zu müssen. Jetzt glaubst auch nur du. Hab ich jetzt eine Waffe? Ja, ich hab eine Pistel. Warum hab ich schon, wenn es sterben kehrt? Es ist Dave. Hallo, Dalo. Ein wunderschönen guten Asien, Keks. Ich schläbe wieder, meine Leute. Warum sieht denn Gary's Mod komisch aus? Das ist doch Gary's Mod. Ach so, bei Minecraft-Map. So. Überall. Gee, Moment. Sag Dave mal, ich habe nur geraten, aber ich habe ein Radar für sowas. Hä? Was? Das soll ich dir von ihr sagen. Und ich sollte ein Nachgeburtstagsküßchen von ihr geben. Also muah. Das war's jetzt. Dankeschön, muah zurück. Dankeschön. Wir werden aber sehr viele Lieblichkeiten gerade ausgetauscht. Ja, mein Monkmeinblämm ist das so. Ja. Dave war auch lieb zu mir heute. Okay, und ich bin nicht afraid, zu benutzen. Was warst du? Ja, deswegen sag ich ja. Bis jetzt war's das noch. Wow, wow. Wow. Was, was, was? Huch! Neben mir ist was in die Luft gejagt und da ist anscheinend jemand gestorben. Ach, dann. Ich habe nämlich, ich habe nämlich kehrt. Und hi. Warte mal kurz, warte mal kurz, Dave. Warte mal kurz, warte mal, warte mal, warte mal. Kinn. Lass mich wenigstens zuerst eine Woche ein. Moment, Moment, Moment. Aber is, wo liegt denn die? In dem Haus, ich falle. Moment, Moment. Das wäre sehr unkonventionell. Ja, ich komme halt leider nicht. Ach so. Nicht dran. Wann ich endlich Waffen finden würde, ich weiß 100%ig, wer von euch beiden es ist. Aber something exploded, irgendwas ist äh. Irgendwas ist explodiert. Dog? Und ich glaub, Ski hat grad gemacht und ich hab immer noch kaputt. Dave, du hast ein leichtes Spielbott. Nee, 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 ich bin's nicht. Ich weiß nicht, ob Kitmar noch lebt oder ob du's bist, aber ich bin's nicht diesmal. Na, weil ich hab... Dave, die Sache ist, du bist mir grad mit einer Shotgun entgegengelaufen und ich hab die Shotgun gehört, wie Kitmar gestorben ist. Hä? Hä? Also Kitmar ist in die Luft geflogen, ich bin in die Luft geflogen. Warte mal, warte mal, wo war Ski? Wo war Ski, bitte? Weil, ich lieg da auch nicht mehr. Da wusste du, dass du umbraucht hast vermutlich. Ich hab sie nicht umgedacht. Doch, ich lieg da noch. Lol. Sagen's dann alle. Nee, das ist da... Wahrscheinlich bist es du oder der Kitmar und das ist mir wurscht. Warum? Ich hätte dich schon längst töten können, es ist mir wurscht. Du bleib einfach... Ich dachte kurz, das wär Miso. Nee, nee. Den Miso gibt's ja nicht mehr, das ist ja jetzt der Mimo. Das ist kein Waffel. Wir haben gewechselt. Ja? Was machst du jetzt mit meiner Leiche? Du Schwein. Gerade sag ich noch, er war lieb zu mir. Okay, ähm... Ah, das ist geil, das Kitmar. Okay. Liegt da wirklich ein Kitmar? Ja, da liegt Kitmar. Ich glaube, ich lieg irgendwo nach unten. Okay. Bleib mal weg, Affana. Ich bin jetzt hier berühmt in meinem... Berühmt, Alter. Ich bin jetzt hier berühmt in meinem Unterschlupfschiffchen. Lieg ich hier irgendwo? Und ja, genieß einfach die Zeit... Nee, ich lieg hier auch nicht. Doch, da lieg ich. Nee, das sind Waffen. Und wenn hier wer reinkommt, dann wird da weggebustet. So einfach ist das. Mhm. Mhm. Ja. Aber... Doc, du müsstest ja wissen, wo ich bin. Ich bin irgendwo. Ich warst genau, wo du bist. Du bist näher in deinem Unterschlupfschiffchen. Ich bin ganz gemütlich hier. Ich weiß nicht. Vielleicht... Warum hat Christian eigentlich keine Waffe? Willst du mich verarschen, Christian? Ich spiele gerade mit meinem Spielchen. 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 Ich weiß ganz genau, wo du bist. Du weißt ganz genau, wo du bist. Du im kleinen Drecksack. Du kannst... Du kannst es nicht wissen, wenn es keine Radar ist, Doc. Ich bin in einem viergeschlossenen Raum. Ja, ja, ja. Deswegen weiß ich, ob du Geister siehst. Du bist ein kleiner Drecksack. Du bist ein kleiner Drecksack. Boy, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Wenn du mich auch mal findest... Wenn du mich auch mal findest, wenn ich sowas von tot habe, kann ich jetzt bitte irgendwo auf Waffen legen. Ich will doch noch irgendwas haben mit dem Ball. Ich weiß nicht, dass du eigentlich keine Waffen hast, weil... Dann kannst du mir das auch sagen. Ja, und rat mal, wenn ich nicht umgebracht haben kann ohne Waffen. Deswegen... Also ich schätze... Und rat mal, wer die letzten zwei sind, die noch am Leben sind. Jetzt hör mir zu. Jetzt hör mir zu. Jetzt hör mir zu. Oh Gott. Ich bin nur immer da. Du kannst gerne... Also ne, komm nicht vorbei. Aber du hast keine Waffen. Du kommst an Traitor-Waffen. Du hast das cool. Das weiß ich nicht. Und zweitens kommt der Kittner. Der hat noch nichts Zock. Hallo. Also vielleicht liegt der Kittner auch noch. Also ich bin mir gerade unsicher. Aber du kommst anscheinend auch nicht. Schön. Ich stirbe sowieso. Ich stirbe sowieso. Warum? Ich mag Delf und Christian zusammen, die sind so süß. Ja. 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 Echter Ernst. Ja, schön. Ja. Aber es ist sehr schön, wie ihr mich wieder als Vorwand nehmt. Dave hat dir als Vorwand gemacht. Wie? Wie hast du mich in die Luft gejagt, Dave? Mit ner Taube. Und du schaffst es immer wieder, trotzdem irgendeinen Laute von dir zu geben, ey. So. Weil ich erschrecke. Ich weiß es nicht. Dann töte mich nicht so plötzlich. Sag, hey, Chi, ich kill dich jetzt. Dann bin ich drauf vorbereitet und erschrecke nicht. Ich finde, wir sollten grundsätzlich jedes Mal, wenn jemand vor hat, einen zu töten, das vorher ankündigen. Ja, bitte. Das ist fair. Also hauptsächlich. Ja, ich bin runtergefallen, leider. Ich bin, der Wasserfall zieht mich nicht hoch und ihr wollt sich gerade töten. Ich wurde von einem Buch getötet. Ich wurde von einem Buch getötet. Ja. Was, wurdest du, Kitma? Also das habe ich auch nicht verstanden, warum du einfach einmal tot hast. Ja, ich wurde von einem Buch getötet. Achso, von einem Buch. Okay. Wo ist die Bibel? Lesen bildet. Ne, so dick war sie nicht. Okay. Ja, das Lesen bildet. Bei dir ist alle Hoffnung zu spät, deswegen hat sich in die Luft gejagt. Herr der Ringe-Title, Kitma. Oder tauchenkinderbuch. Ja. Töten auf österreichisch. Töten. Der österreichische Wörterbuch oder irgendwie sowas. Das ist österreichischer Witz. Aber es ist Dave, 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 Dave. Ich komme nicht von der Leiter! Dave! Dave! Dave schießt auf mich! Ich komme mir nicht runter, Mann! So. Ah! Ich will hier raus! ich habe eine waffe ihr lappen kann ich sie nutzen nein ich habe eine waffe und ich weiß sie nicht zu benutzen nur versehentlich dadurch ich muss gerade in dem moment wo ich von oben runtergefallen und direkt auf die gelandet wenn du mich einfach weggeschossen ich habe mich erschrocken bin man das sehr kurze karriere als trader lernt du hattest davor doch eine kruppe in der hand oder nicht das war gott suboptimal ist immer noch so laut oder zu leise oder so ich bin schon laut der gewinner darf raus ok scheiße wenn kippen von der auftacht dann ist er trader das war ein sehr gefährliches wirklich das ist wahnsinn so ihr kennt schon in und aus wenn ich die tritt bist du schon wieder treter dave ist mal zu einem wirklich ein echtes wirklich echt ist so ein bisschen das ist ja jetzt ich bleibe jetzt hier ich wohne hier wo wissen du sag ich dir nicht es wird ja nur ein bisschen wo ich bin wieder hier ja hier schon mal hier sind ins denn oben ja es ist immer eine gute idee kippa instant und bringen was soll das ich fühle mich jetzt gerade etwas diskriminiert das ist cool ich will jetzt ja auch sprühen so wo ist eine wand wo ich hin sprühen kann geht das das ist ja drüber wow die herde gespray esports ist in die game bist nicht weit weg e sport hier geht gerade nicht männlich ja diese verpixelten bilder einfach aber ist das christian 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 liverkasa karsportzen das ist so karsportzen wer ist denn jetzt tot weiß ich nicht es wurde geschossen das bayerische ist mit schwäbischem verbunden mutig du kommst mir die ganze hinterher christian ich glaube er ist es christian ist es ja das mit ok wer war es ja okay das ist nicht schlimm kann ich auch nicht was was will wo will ich denn hin rufdreht das klingt immer gut runterfallen ist aber ich habe vorhin schon auf dich geschossen aber du bist leider wieder weg ja nein ich bin schon auf an auf jetzt leben und wissen weil genau darunter freundlich wir seien so gut